Hey ihr Häschen, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Wir sind im Grabort angekommen, wo offensichtlich einer der letzten Schlachten stattgefunden hat. Und hier sind sehr viele Menschen gestorben. Und Silence flötet uns Teilnahmslosigkeit ins Ohr. Der Typ geht mir ein bisschen gegen den Strich. Okay, das muss cool gewesen sein. Okay, da geht's weiter, da hinten geht's weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Das da kann ich eh nicht mitnehmen. Und da unten komm ich vielleicht auch anders hin. Schauen wir mal. Hier haben die Soldaten wohl geschlafen. So etwas war das hier. Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115c verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Der letzte Hinweis klingt irgendwie wie eine Widerlegung des eben Gesagten. Oder sie betrachtet die Ausbildung als Spiel. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. Vier Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze? Immer an der Westküste. Und dann mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Ihr gesamtes Training besteht aus... Hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem sechsten MEB haben wir ein Horus erledigt. Bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Sah Projekt Zero Dawn nicht eigentlich die Auslöschung der Menschheit vor. Und dass einige wenige überlebt haben. Also ich nehme ja mal an, das Projekt hat irgendwie funktioniert. Und hier sehen wir die Überreste der Menschheit. Und sie wissen von nichts mehr. Schatz, tut mir leid, dass ich mich erst nach Tagen wieder melde. Die Einsätze werden länger und immer härter. Der Schwarm kann uns jetzt besser einschätzen. Wir sind jetzt weniger. Und die Arbeit wird für uns Verbleibende nur noch mehr. Wir in einem Familienunternehmen. Aber es ist nicht meine Familie. Nicht ohne dich. Ich versuche, dich und unser früheres Leben aus der Sicht von außen zu betrachten. Früher freuten sich die Leute uns zu sehen. Als sie noch Hoffnung hatten. Alles scheint zu entgleiten. Ich erkenne nicht mal die Orte wieder, die wir verteidigen. Ich kämpfe nur noch für eine Sache. Nämlich für dich. Für Zero Dawn. Und das hier abzuwenden, was immer es ist. Hm. Die Möbel waren aus Metall? Wie soll man es sich da gemütlich machen? Mit Kissen. Das war die Metallwelt. Sie waren vermutlich daran gewöhnt. Ja. Und so bekommt man ein verzerrtes Weltbild. Okay. Hier könnte ich jetzt theoretisch runterrutschen. Textprotokoll. Quests. Eigentlich schien 64 ein ziemlich gutes Jahr zu werden. Kein Trinken mehr und keine Söldnerjobs. Die Arbeit in den Offshore-Windparks. Nur ich und ein Plasmaschneider. 100 Meter über dem Meer. Und dann die Rückberufung. Ich las sie auf einer Turbine. Es roch nach Ozon. Sie boten einfach alles. Bessere Bezahlung. Amnestie für irgendwelche Kriegstaten. Staatsbürgerschaft. Man hätte fragen sollen, wo der Haken ist. Aber wir dachten nur, hey, wir sind doch... Äh, wir sind also doch besser als die Roboter. Und Terras rede über Stolz und Pflicht. Kluger Kopf. Er hatte recht. Ich war stolz, US-Soldatin zu sein. Und ich wollte wieder eine werden. Und das kam dabei raus. Das hier sieht aus wie ein alter Fahrstuhl. Nur ein Bett. Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn. Ich finde es interessant, was sie so für... eine Vorstellung der alten Welt hat. Also unsere Welt. In ein paar Jahrzehnten. Gestern sprachen wir über den D-Day 55. Ich war noch ein Kind. Frisch aus dem Ausbildungscamp. Die Versammlung in einem Drohnenhangar. Es war Sommer und Hitze mörderisch. Sie sagt, die menschlichen US-Kampftruppen würden aufgelöst. Alles wird automatisiert. Wir sind nicht mehr modern genug. Eine Million Arbeitslose. Bei einer Jahrhundertrezession. Manche haben die Roboter gebaut, die ihren Job kriegten. Und wer mit einem Exoskelett umgehen konnte, hatte eventuell Chancen auf einen Arbeitsplatz. Vielleicht in der OWZ. Oder in China. Schön weit weg. Geringes Selbstmordrisiko stand auf der Entlassung. Wo siehst du hier eigentlich ein Bett? Wo siehst du hier eigentlich ein Bett? Platsch, Platsch, Platsch. Ist schon traurig, was da von der Menschheit noch übrig ist. Ich laufe mal ein paar Schritte zurück. Ja, okay. Gibt es hier noch irgendwas, was man sehen könnte, was sich lohnt? Bunkertür, Brandschutztür verstärkt, verschlossen, dekretiert, erhalten. Moment. Die ist da oben. Komme ich hier zu Fuß wieder hoch? Habe ich mich jetzt festgebackt? Oder habe ich hier noch die Chance, wieder rauszukommen? Okay. Komme ich hier noch die Chance, wieder rauszukommen? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Verstärktes Platinkabel. Okay. Holoschloss. Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischem Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Manchmal verklicke ich mich, wenn ich versuche, aus der Scanner-Sicht wieder rauszukommen. Stelle die Stromversorgung der alten Tür wieder her. Ah ja. Gut, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist die erste. Das heißt, der erste steht richtig. Den zweiten. Äh. Äh. Zwei. Drei. Und der letzte ist da lang ausgerichtet. Energie. Drei Leitungen, drei Quellen. Energie. Da unten geht's weiter. Oben, oben, unten, unten. Und zwei. Noch eine. Da drüben. Und ein Audio-Protokoll. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Okay. Das ist dann wohl ein Hinweis darauf, dass man das da drauf nicht lesen kann. So. Norden. Warte mal. Ich spitz nochmal ab. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike? Und ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Okay, genau andersrum. Also, Norden. Osten. Wessen. Wessen. Süden. Das war's. Klingt zumindest so. Energie. Anstrengung. Das war's. Hm. Es muss noch einen Eingang geben. Sie sind es, tatsächlich. Sie suchen keine Antworten, nur Waffen. Hilf mir! Das ist mein Problem. Ich kann mit Controller nicht besonders gut zielen. Oder ich habe generell ein Problem zu zielen. Ich weiß es nicht genau. Aua! Ich bin gar nicht hier. Ach komm schon. Tschau! Juhu! Kein Platz. Hauptsache das Wichtigste ist dabei. Hier gibt es viel zu entdecken. Oh, schön. Hier gibt es die Heilpilze auch wieder. Man kann nicht wissen, wann man das mal braucht. Ja, ja. Hast du schon recht. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das Spiel möchte, dass ich da irgendwie hochkomme. Runter ist keine Option, ist da unten nichts? Okay. Oh, okay. Okay. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Es sind fast die Nachrichten, die wir schon abgehört haben. Aber irgendwie sind sie doch ein bisschen anders, ne? Rotierte Zivilisten-Garden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Spannend, wie sie jetzt zwischendurch langsamer geworden ist, als würden die Leute sie schwer verstehen. Ames, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Die Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth. Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. In der Tat. Ames, ich weiß, ich melde mich zu oft bei dir. Aber ich bin so stolz auf dich. Wir alle sind es. Wir wurden weiter ins Inland gebracht. Als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben noch Schule. Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem VTOL rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Kann mir nicht vorstellen, dass das eine besonders schöne Welt ist, die da zu Ende gegangen ist. So, das sieht aus, wie jetzt müsste ich damit gleich interagieren. Ich höre mir erst mal diese Datenpunkte an oder ich lese sie euch vor. Dezember 2065, Woche 1, vertraulich. Operation Kickback Reno, Nevada Die Zivilistengarde und Panzerbataillone lieferten sich Gefechte mit Garde-Einheiten des PN-12-Schwarms im Pazifischen Nordwesten. Einsatz beginn um 6 Uhr. Einsatzwende nach Rückzug um 21 Uhr am folgenden Tag. Laut Bericht Verluste von über 40%. Operation Fixgall Shenandoah Valley SA-Tag, Virginia Die 12. MEB, unterstützt von der Zivilistengarde, lieferte sich ein Nachhutgefecht mit dem Ostküstenschwarm ES-17. Einsatz beginn um 8 Uhr. Gegen 14 Uhr meldete die 12. MEB die Eroberung ihrer Stellung und hielt die Autorisierung zur Sprengung der SA-Tag-Anlage. Die ES-17 wurde dabei schwer geschädigt. Rückzug der Überlebenden der 12. MEB zur Akron-Cleveland-Verteidigungslinie. Operation Body Blow Akron, Ohio Die 9. und 10. MEB bekämpfte, unterstützt von anhaltenden Luftangriffen, den Horus-Klasse-Titan, der den Ostküstenschwarm ES-18 versorgte. Einsatz beginn um 4 Uhr. Einsatzende durch Vernichtung des Titanen um 22 Uhr. Zu beachten ist, dass dies die dritte Titanen-Vernichtung der 9. MEB mit minimalen Verlusten darstellt. Brigade-Bereitschafts-Status Dritte MEB widersetzte sich Rückberufungsbefehlen bei Operation Pinch-Hit. Einsatz an der Pensacola-Talahas-See-Verteidigungslinie. Kriegsgerichtsverfahren wurde eingeleitet. 7. MEB aus dem Einsatzgebiet New York zur Unterstützung des Wichita-Gebiets abgezogen. Bereit. 9. MEB Neuausrüstung in USRC-Anlage. Bereit. 10. MEB überführt von Kalmar nach Daten beschädigt. Es ist nicht mal ganz einfach, diese Texte zu lesen, weil sie mit vielen Fachbegriffen und Abkürzungen um sich werfen. Deswegen bitte ich es mir nachzusehen, wenn ich nicht immer alles hundertprozentig korrekt vorlese. Mehr kann ich nicht tragen. Oder nicht besonders flüssig. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020